Hallo und Willkommen zu Exo Zombies Call of Duty Advance Warfare zusammen mit Kapuze Crab. Hallo. 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 Wir haben ja gesagt, wir wollen das neue Zocken, wenn es endlich raus ist und das DLC ist endlich raus. Wie heißt es nochmal? Exo Zombies Havoc. Oh, ich bin der hässliche Typ. Schade. So, dann heißt, wir werden jetzt einfach ein bisschen Exo Zombies zocken in Zukunft und das ein bisschen so, weil hier gibt es ja auch Easter Eggs und allem drum und dran. Da werden wir jetzt informieren, wie das alle so abgeben, wie das abläuft und euch da so aktuell halten und zeigen, wie man die macht und das heißt aber auch gleichzeitig. Aber ich hoffe, dass er so gut ist wie die anderen. Ja, die sind ja nicht von Triarch. Warum bin ich nicht von Triarch? Hast du nicht gesagt? Das ist jetzt ja immer noch Advanced Warfare. Triarch ist ja jetzt dieses Jahr wieder dran. Oh, das lag bei mir wie Hölle. Ja, am Anfang, ne? Oh, ja. Wo war die Waffe, die du am Anfang immer holst? Das war die hier, ne? Seh ich so aus, als hätte ich das sagen. Was kostet die? 500 nur. Boah, wenn man sich das leisten kann, dann geht's einem schon gut. Ja. Okay, ich stell mal die Grafik ein klein bisschen runter gerade. Echt? 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 Ja, wenn man einen Minecraft Rechner hat. Ich hab keinen Minecraft Rechner, aber irgendwas will ich gerade, ne. Der Wildcats ging auch nicht ganz so klasse. Nein! Du mal mehr Cash. Cash ist alles in dem... Cash ist alles in dem... Cash ist alles in dem Ding. Och. Neben Loot und Level. Sind die Statistiken hier eigentlich so geblieben? Mit, äh, so ein bisschen Messern? Was? Na, ähm. Na, fünfmal schon schon schießen. Danke. Das muss drin sein in dem Game. Du bist noch ein guter Deal. Auch mit schlechter Grafik und Scheiß-Story für mich noch ein guter Deal. Aber ich keine Ausnahme. Super Ordnung, wenn ich keine Ordnung. Sehe ich geküsste, wenn ich so ein Kind um nachzuschauen was drin ist. Weiß ich muss sagen. Ich muss ja immer Spieler so machen. Hahaha. Das war doch nicht schlecht die Version, muss man sagen. Da gab's noch... Mein Männchen muss schließlich stark werden und ohne XP geht es kaum. Hahaha. 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 Als würde man sich sorgen um seinen Charakter. Mein Männchen. Ich muss nochmal kurz entdecken. Ich muss das Spiel nochmal lauter machen. Oh lass ich's jetzt. Äh. Dingens. Aber Grafisch find ich jetzt nicht so gut wie äh... Ja wenn du die Grafisch auch auf Null stellst. Hahaha. Ich hab die auf Maximum steht. Ich stell mal eben die Grafisch runter. Übrigens jetzt müssen wir ja auf die Scheine. Die Grafisch ist gar nicht gehört. Sieht gar nicht so hübsch aus wie gerade eben. Hahaha. Voll gerade eben. Hahaha. Auf den Boden Penner. Das hat was gehen. Ich hab die erste Tür aufgekauft. Wer ist jetzt dran hier? Geben wir auch schon rein oder wat? Ja ja wir müssen zur Random Box. Hier. Der Typ aus Star Trek kann aufmachen. Wer ist der Star Trek Boy? Dieser Typ aus Star Trek. Dirty. PK? Könnt's ich auch machen? PK? Ich helf dich. Go, go, man. Random Box, boys. Geh da weg. Ich muss meine Gun holen. Ein Revolver. Oh, 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 oh. Oh, fies. Die Hunde. Die Hunde sind los. Oh, Double Pistols. Geh da mal weg, da ist mir nicht dran hier. Fänger weg, da, du kannst. Ich bin nicht mal in deiner Nähe, Jungs. Alter, wer längst ab da? Alter, der lasert einer. Verlässt mir draus. Alter, voll laser, wie du abgehst. Ich hab nen Scheiß bekommen. Ich hab nen Scheiß bekommen. Ich hab auch Scheiß bekommen. Ich hab nicht mal ne Waffe bekommen, Mann. Vielleicht sind das wie die Äffchen. Das sind die Ziele. Stell dich tot, Vorsicht. Hör, hör, hast du gerade gehört? Der hat gesagt, stell dich tot. Stell dich tot. Ich hab auch nicht so die geilen Sachen bekommen. Ich will nochmal. Ich will auch nochmal. Ich will auch nochmal. Oh, 3D-Trucker. Sitzplatz. Sitzplatz. Wo? Boah, die Eure Euregüter hat kein 3D-Drucker bedienen. Ich hab noch eins gemacht. Hier ist ein neuer, Leute. Wo? Neu. Ne, weiter. Immer weiter, immer weiter, Junge. Alter, Alter. Alter, Alter. Alter, Alter. Da ist immer zu blühen. Der ist der Kehl. Der ist der Kehl. Boah, hier ist der. Ne, wo ist der denn? Direkt an einer Treppe, wo ich dann stand. Ich kann mir einen an Zombie überlassen, einen einzig überprüfen. Mach hier Security-Action an. Ach, ich guck die ganze Zeit auf die falschen Dinge! Was ist das denn? Jetzt gibt... Exo-Suit! Jetzt gibt er mir ne scheiß Granate. Looten und Leve. So, ich hab Maxo-Suit, Boys. War noch nicht geholt, Baby. Wuhu! Exo... Wo denn? Ist die Laner-Waffe gut, Dalu? Ja, keine Ahnung. Ich hab's noch nicht... Ich hab's einmal gespielt. Ich hab den Piste hinbekommen! Hab ich auch. Ich hab zweimal den Scheiß gemacht und hab nie ne Waffe bekommen. Wenn du irgendwelche Granaten hast, was der wahrscheinlich verdient. Da ist Munition. Leute, holt euch mal einen Exo-Suit, damit wir zum Exo-Nogger können. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der Exo-Suit? Uh, uh, ne Arbus, ne Arbus. Dalu-Kart! Bei mir! Wo ist's bei mir? Da, wo Dalu-Karten steht, das bin ich. Ah, so. Der ist er. Ich hab mich auch gemodet. Wer ist der Typ? Da, wo sind die Exo. Wo sind die Exo? Boah! Da! Das ist ein riesiges Skelett an Züge. Und dann wieder zurück, Leute! Heilige Scheiße! Ja! Genau wie im Fall. Ich hab' jetzt die Doppelspur und alles. Ich hab's jetzt richtig ab'n Dogger. Ich hab ne Arbenbrust! Wenn du Leertaste und Shift drückst, machst du nen Boost nach vorne übrigens. Ich hab' ne Arbenbrust, ne Exo-Suit und ne Arbenbrust! Äh, ich nicht. Doch, nur einmal springen. Nee, du musst springen und dann Schiff! Ja! Hier, Leute, hier, wo ich mich noch einen aufkaufen, wer am meisten Cash? Keiner, keiner Cash. Jetzt kann einer aufkaufen, 1.000! Open the door! Krebs, hier! Main-Hoop! Hinter dir! Da, wo Dalu-Karten steht! Was ist denn der Grüne, was passiert in meinem Deck? Okay. Äh, der Grüne, der darf dich nicht hauen! Dann müssen wir vergiebt sind. Wollten wir doch ne Besser-Suit-Bombe, ey. Wird die DNA-Bombe über die komplette Map? Ja, das ist die Nuke. Okay, und jetzt müssen wir hier gleich rein. Ich hab' auch aufgemacht. So! Der Exo-Suit ist an! Da ist er! Exo-Slam! Exo-Slam ist, dann kannst du hoch springen und ne Faust auf den Boden. Dann haufen die Gegner weg. Exo-Health ist der Exo-Nogger. Willst du noch mehr? Das ist hier ein Exo-Soldat? Wissen wir noch nicht, ich will bestimmt Double-Tacken. Ich will punchen, punchen, punchen. Ne, erst, hier ist er punchen. Hier, 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 rechter Raum direkt. Aber lieber den Exo-Nogger würde ich holen an deiner Stelle. Wo, 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 wo ist der Nogger? Wo ist der Nogger? Alter, der kostet 2,5. Wie soll ich mir den leisten? Ja, normal! Ja, normal, der Exo-Nogger. Aber ich stell was auf, Leute. Ich stell was auf. Das ist gut. Wo ist das Ding denn her? Ja, so will ich das sehen. Endlager. Da kriegst du ja nur die Punkte, oder? Ja, das ist eine gute Einstellung für so'n Spiel. Was denn? Ich krieg keine Points, wenn der Torred was killt. Nein! Nicht? Nö. Es rief uns einfach nur die... Ach, scheiße! Die kommen hier auch so! So, Nogger kostet 5, gell? Ja, wir brauchen den. Ja, ich hab 2. Nogger, alle. Ohne den Nogger kann es nicht stark werden. Ohne den Nogger geht das gern. Geht das gern. Oh! Boah, Alter! Das hat gerade gelaggt. Verputze, da liegt was! Insta-Killboy? War wo? Was liegt hier draußen? Hier ist irgendwas runtergekommen. Ja, das sind so... The Perks. Bleiben die immer da, oder? Ne, wir sind einsam. Was ist denn das hier hinten? Steht dran, wenn du davor stehst. Ist wie so'n Care Package. Noggerino incoming! Wow, Muni! Nogger! Kann die immer noch nicht. Alles! Aber mit 6 hätte ich das denn aktivieren, oder was? Yes! Was hast du da bekommen? Der Tano, du kommst. Ja, dann bist du kurzer die Umlichter. Für die Zombs. Was haben wir denn jetzt mit dem Perk? Äh, die Security-Dinger hier auf der Map sind an. Alle? Nee, die Zombies sind alle. Was sind du noch? Du arbeitest in der IT, richtig? Ich hab noch 400 Dollar für den Exo-Nogger. Boah. Ich brauch noch mehr. Ja. Wir haben die E-Mails gelesen oder so. Muni wär echt sinnvoll. Ja, wär auch schön. Oh, die, jetzt komm, jetzt müssen wir zusammenbleiben, Early Boys draußen. Jetzt nicht treffen lassen, jetzt kommen die Infizierten. Ja, und schon hat er dich. Oh, Jones. Du bist radioactive, Boy. Ja, ich bleib bei ihm. Einfach, weil ich bestimmt in das gleich auch noch radioactive werde. Ich will aber doch erst mein Exo-Nogger. Ja. Ich muss neu anfangen. Was ist denn da hin mit dem Atomzeichen, Dalu? Ja, ja, Kapuze muss da hin, sonst stirbt der. Ich muss da jetzt auch hin, sonst sterbe ich. Ich stehe da infiziert, Boys. Es ist vorbei. Ich bin infiziert, oder? Nein, ich bin nicht. Ich hab noch Glück gehabt. Ich bin tot, ich bin tot. Jones, renn doch. Ich kann nicht. Renn. Oh Gott, was passiert mit ihm wohl? Ich bin top, ich bin tot. Echt? Ich hab keine Muni mehr. Das kannst du jetzt machen? Nix. Ich bin tot. Oh, scheiße. Da kommt der, da kommt der. Kapuze, tu mir ein. Echt? Echt? Da kam er? Hallo, Dalu. Oh, Jones ist ja... Erli ist infiziert. Ich hab nichts mit euch zu tun. Ich bin auch tot. Oh Gott, oh Gott. Granate, Erli. Die haben ja Granaten. Infected. Nein. Wo muss ich denn hin? Weiter, weiter, rechts. Der hat mein Exorcist kaputt gemacht, der Lüttel. Da, 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 da. Oh, was hast du denn da mitgebracht? Oh, ich bin aber wieder safe. Ich bin unsichtbar. Ich weiß aber nicht wie lange. Aber da unten steht. Deswegen kamen die alle zu mir. Wir sind nicht. Es ist ein Mist, denn... Talos läuft aus! Ja! Lade nach. Lass dich nicht schnablieren, Boy. Da sind die anderen Boys wieder. Wir sind back in Town, aber denkt ihr habt jetzt nichts mehr, ne? er war das Leben gebrochen dass wir in Exo wo gab's den äh 3 ich hab meine Waffen wieder ich will zu erklären wie du hast deine Waffen wieder ja ja dein Grabstein du musst dich looten ja wo finde ich den? da wo du gestorben bist wo du gestorben bist ich weiß nicht mehr wo du gestorben bist das ist schlecht doch da ist mein Grabstein aber immer muss mir Deckung geben da ist der Grabstein kann ich den auch aufnehmen Alter halten nicht viel aus wirklich wieder tot ja bin tot was ist denn das für die Kacke? ja meine gib gute Waffe ne ich bliege auch wieder das sind zu viele ja jetzt wird schon ein bisschen krasser kann mich ja noch wieder geladen wir haben es gleich versuchen wir haben so eine Assist Drohne ach sie sieht nicht gut aus wir sind sehr weit weg 4 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 wir kommen doch nicht durch wir sind so viele Sachen sehr exo lastig sehr exo lastig sehr exo lastig so lad ich weiß nicht wie es geht ich glaub ich die 5 Vielen Dank.